hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute auf die jagd nach dem ticket und heute ist das spiel the lord of the ring viel spaß und da sind wir die letzten paar prozente laufen jetzt noch und dann geht das spiel los das wird mein mikro nicht dran letzten also gestern allerdings zu spät gesehen und dann schauen wir mal was wir hier so machen können verstanden verstanden wir müssen erst gut wir werden schon hier angegriffen erst mal müssen wir einsam zum ring geben erfahrung für unsere helden ist ganz wichtig das max und dann brauche ich nur noch was das hier ich glaube das brauchen wir noch nicht wir heben uns erst mal die sechs punkte auf gehen zurück wie ging noch darum ging es zurück dann muss ich einmal kurz alle einberufen einberufen zurückholen und einberufen zurückholen zu b haben wir gemacht dann gehe ich mal kurz die ganzen roten punkte durch kostenlos nehmen wir mit da ist noch ein roter punkt ich habe das fünf tage gespielt naja dann ist kein wonder dass ich so schlecht bin aber Austrian entsperte aber ich habe ich finde auch eine Münze fehlt dann wollen wir die hier nehmen läuft immer noch rot das, das, das kann man dann ich muss doch bei denen auch was machen oder ist jetzt hier der hier verbessern hier kann ich auch was machen Kriegsgesang da in den Chat, da kommt ja mal wieder was Neues dazu deswegen ist das Blau ist eigentlich egal und hier haben wir schon wieder so, jetzt haben wir es dann würde ich mal sagen 40er Land können wir das schon einnehmen meine Leute betreten Geld noch mal schnell abholen Apotheke keine Krankenleute das ist gut oder Verletzte besser gesagt oh oh 1 1 1, 1, 1, 2, 2, 1 müssen wir mal was ändern hier aufstellen, die kommen weg die kommen weg dann setzen wir mal hier die 3 rein da haben wir gar keinen da bin ich 3 erfahren die wollen da nicht rein ja, der kriegt Bung schützen jetzt ist es ja langsam normal die sind sehr langsam anscheinend die Bung schützen brauchen natürlich Leute die vorne stehen und alles abwärmen dann bleibt das dann nehmen wir den hier oh, Arbeit Pause ok, Telefonart beendet und weiter geht es so, ich werde jetzt schauen der hat Bogenschützen und das den wollte ich ändern, ausstatten äh, nein, das war das löschen und löschen dem möchte ich auf jeden Fall die Reiter geben ok, ok, 52 habe ich da von auf und hoch das ist also voll und den hier möchte ich geben ausstatten löschen 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 den gebe ich auf jeden Fall den hier welche habe ich da noch nicht die habe ich vergeben die habe ich vergeben die weitläufe habe ich noch nicht die Beine habe ich schon vergeben die Miliz habe ich vergeben und die Reiter auch die Reiter habe ich an Dingens Bomens gegeben die Turmwache habe ich nicht den habe ich mit den Bogenschützen an den anderen gegeben ich vergesse meinen Namen ich nehme sowas gut, dann haben wir fertig Kasernen 3.000 4.500 3.000 und er ist direkt bei 6.000 4.500 3.000 auch direkt bei 6.000 danach 500.000 3.000 und hier haben wir 500.000 3.000 500.000 3.000 so haben wir das auch die neuen Truppen 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 da können wir die Reiter trainieren Reiter trainieren Reiter trainieren Achso ich kann gar keine Leute mehr Ausbilden. Schon zu viele Leute. Die habe ich noch nicht einmal abgeholt. So, so, so. Ich meine wieder. Gut. Wann endet die Saison? Oh. Oh. Sieht ziemlich voll hier aus. Ups. Ich würde gerne mal auf der ganzen Karte schauen. Und warte mal, wie war denn das gewesen? Auf der Karte drücken. Und da bin ich. Und da war die Böse. Und hier auch. Alles nur Böse. Nur ich bin gut. Die anderen sind alle Böse. Ich wollte noch etwas machen. Dann. Zurück in der Basis. Zurück in der Basis. Betreten. Genau. Bauen war das. Kaserne geht nicht. Aber bauen kann nicht. Okay. Okay. Jetzt kann man schon mal zwei Sachen anbauen. Das geht noch nicht. Das geht nicht. Das nicht. Das nicht. Und der auch nicht. Der muss die Haupthalle. Das hier. Das hier. Aber erst mal mal die anderen Sachen fertig. Haupthalle 4. Haupthalle 4. Haupthalle 4. Haupthalle 4. Haupthalle 4. Haupthalle 4. Und den kann ich noch verbessern. Sieht doch schon mal gut aus. Vielleicht schaffe ich das ja noch heute alles. Nee. Ich weiß nicht. Das Land ist 40. 40. 40. Schaffe ich denn 40? Ah. Ich brauche 4. 1. 100. Also nein. 90 schaffe ich dann auch nicht. 15. Das schaffe ich. Enttäuschend. Enttäuschend. Ah. Ich bin überfordert gerade ein bisschen. Furchteinflößend. Ah. Ich bin überfordert gerade ein bisschen. Furchteinflößend. Das rott. Beladerung schaden 70%. Stufe 10. Das kann ich benutzen. Benutzen. Erobern. Das ist enttäuschend gut. Das ist enttäuschend gut. 1 Haar. 1 Haar. 1 Haar. Erstmal alle am Kämpfen. Hier schaue ich noch mal kurz nach, ob ich Fokus schaden Genau, wir müssen hier hochgehen Ich habe hier auch so ein zu viel gemacht, naja Boah, die sind hier richtig flink Ich werde jetzt so in der dritten Reihe hier immer ablaufen, gucken wo ich was einnehmen kann Ja, man braucht ja so viel Feder, wie es geht Damit hier die Energie für den Ring schneller wächst 60er Land, 10er Land 10er Land 60er Land, da ist etwas abgeschlossen Und einer Land Die Kaserne Hauptteil, das kann ich jetzt noch machen Und dann muss ich Rekrutierungsposten Und der Posten ist Rekrutierungsposten Was ist das für ein Posten? Ach hier Der geht erst, wenn die Haupthalle weitergeht Gut Also ich denke in 10 Minuten werde ich die Halle ausbauen Und dann war es das für heute erstmal Denke ich mal so Hier haben wir 90er Land 90er Land geht nicht Und da komme ich noch nicht hin Aber da komme ich hin Ah nee, da komme ich ja gar nicht hin Da komme ich hin Los, reitet los Los, los Die sind gleich da Die sind gleich da Die sind gleich da Ich habe nicht mehr so viel Leben 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Einberufen 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 Genau, ich muss ja hier noch Aufträge auch noch erfüllen Einberufen Ja, Tipps, keine Tipps hier Das Rotbuch Ich habe doch den einen auf 800 gebracht Den habe ich ja schon Und den habe ich Nee, den habe ich noch nicht Jawohl Einen neuen Kommandanten Ohi Ob ich das schaffe, das was zu mir kommt? Ich brauche 800 Das sind 10 10 mal 100 sind 1000 Also Müsste ich das ja schaffen Ich hole mir jetzt mal eine Kommandantin, die ich mir holen kann Schöne Die kann ich nicht holen Den kann ich auch nicht holen Das werde ich auch nicht schaffen Schauen wir mal Ein weiter Der macht nur Pilze Nein Aragorn Nee Auch nicht Gandalf Ah ah Berlin Auch nicht Legolas Bäh Gimlin Keine Dürfte weiß. Nee. Keine Dürfte weiß. Da habe ich glaube ich nachgeschraubt bei den anderen, ob man da nach links und rechts noch was holen kann. Nee. Äh, auch nicht. Gut. Dann haben wir halt fertig. Das habe ich alle einmal geändert. Hm. Entsenden. Wir haben einmal ihn hier. Und da kriegst du auch Punkte für den. Das ist schon mal gut. 2,30. Entsenden. Nächste Aufgabe. Da ist noch eine 2 Sterne. Oder ich mache 2 1 Sterne Aufgabe. Hm. 2 Sterne Aufgabe. 2 Stunden. Und 1 Sterne Aufgabe auch 2 Stunden. Aber es ist so weit. Ich weiß es immer. Einer dann. Einer. Genau. Aber ich habe noch Level 1er dabei. Das sehe. Wow. Geht das? Schafft ihr das? Na gut. Einen Platz hätte ich noch frei. Um einen loszuschicken. Ich habe hier. Da war das. Du machst da jetzt. Bauen. Was bauen wir denn da? Kann ich auch was bauen? Ich weiß gar nicht wie das geht mit dem Bauern. Ah, Siedlung. Oder Festung. Oh. Erstmal kann man jetzt sein Schloss immer weiter wandern. Okay. Okay. Und das Bauen das andere ist. Festung. Ein Feld. Okay. Ah, dadurch kann man die Reichweite um 50 erhöhen. Erstmal mal einrufen. Zack, zack, zack. Kommandantin. Und das Bauen. Die Reiter von Rohan, der kröscht hier, anlegen, und dann kröscht er noch. Ah, hier diese schöne Weste und einen schönen Helm. Ah, Musik, Musik brauchen wir immer. Schreiben auch. Aber wir fangen mit Musik an. Ausrüstung. Komm, da krieg ich diesen Morgenstern. Aber ich werde jetzt einmal kurz bei Ihnen hier dieses, ach, die war schon aufgewertet, ne? Ja, ne, dann nicht. Da. Dann kriegst du die Rüstung. Und den Bogen kriegst du. Weil du ja keine schießt. So, das war's hiermit. Und dann geh ich noch einmal wieder hier rein und die Halle bauen. Und das war's dann auch schon. Ah, keine Ahnung. Kann ich neue Leute bauen? Oder bauen? Produzieren? Produzieren? Das ist ja auch komisch. Ich brauche auf jeden Fall Reiter. Jawohl. Ach, die gehen auch. Subi. Zwei Stück am Produzent. Miliz und Reiter. Ja. Und das war's dann für heute. Dann Spiel beenden. Und ich sage dann schon fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf die nächste Video seid. Bis dann. Bis dann. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüüüüüüüüüü